Verloren, du wurdest erwischt. Hä? Was mache ich falsch? Geister, versteckt euch. Ach so. Geister hat. Geister, versteckt euch. Komplikation. Verloren, du wurdest. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Suche beginnt. Das macht keinen Sinn, wenn ihr mich fragt. Hä? Woher soll ich denn wissen, wo sich jemand versteckt? Geisterdetektor. Ich sammle mal die Münzen. Scheiß drauf. Och. Mal. 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 Macht nicht wirklich Sinn, oder? Ich verstehe das Spiel nicht. Ich bin zu doof dafür. Verloren. Du hast keine Geister erwischt. Nochmal. also wir blasen abschießen bevor die zeit abläuft okay okay ok 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist der blasseste Schimmer, wie sie sich das gedacht haben. Das ist der blasseste Schimmer. Okay, wunschfest. So, was dann noch? So, was dann? So, was dann? So, was dann? So, was dann? So, was tun wir jetzt? So, was dann? Laternen. Cool. Darf ich auch? Cool, ich darf. So, immer drei Stück. Drei ist meine Lieblings- und Glückszahl. Wir wollen ja auch nicht zu greedy sein. Guck mal, hier ist noch ein Ballon, den wir hochsteigen lassen können. Ach ne, Entschuldigung, der Ballon ist hier drüben. Er redet mir immer nur der. Oh, es ist nachts um eins. Oh, es ist nachts um eins. Äh... Ja, war schön mit euch. Ich geh mal ins Bett. Tschau. Ich dachte, wie lang geht's denn noch? Aber wenn ich so auf die In-Game-Uhr gucke... Doppelverdiener-Missionen aktualisiert. So, wir sollen Leben bringen. Burges Tüter. Oh Gott. Mitarbeiter des Monats. Darf ich auch? Freige Socke. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Äh... Das ist das. Das ist das. Das ist das. Sparrenseil. Fünf Lehm. Und zweimal dickes Seil. Ähm... Habe ich noch Lehm? Und zweimal dickes Seil. Hier jedenfalls nicht. Jo. Hopp. So, ist da eigentlich noch was auf der Karte jetzt? Die Oase, ja. Das machen wir gleich. Wir haben noch zwei Quests, die wir schnell fertig machen können. So. Ja. Ja, ja, ja. Quatsch. Ach Quatsch. Mit Copper mal reden. Und wir müssen den Leben noch abgeben. Aber die scheinen alle beide hier oben zu sein. So. Sie ist in ihrem Shop. Grüß dich. Ah, ich hatte das in der Truhe. Ja, ja. Ciao. So. Siehste, wir haben auch noch die ein oder andere Aufgabe, die wir abholen können bei der Händler-Gilde. Ähm... Wo ist der Kollege? Der muss auch irgendwo rum. Ja, Gott. Sandy erschreckt mich nicht so. Äh... Hier. Wo? Ach, ist heute Sonntag? Ja, es ist Sonntag. Die sind alle in der Kirche. Wie bei Porsche. Ach, siehste, ich habe mir freitags keinen Trank abgeholt. Verdammte Axt. Schließlich langsam zurückzuziehen. Jo. Ich geh dann mal. Das ist nix für mich hier. Niech wachsen... Ja... �던 boot. Dann bekommen ich ihn wieder bo fora. Warte bis zur nächsten Woche. Das krieg ich hin. Der Typ, ne? Oh, 2018. Okay. Jo, das krieg ich hin. Die Ventile könnte ich auch machen, aber ich weiß nicht, welche Ressourcen ich dafür brauche. Gegebenenfalls wird das zu aufwendig. Das Harthold sollte sich machen lassen. Obwohl wir das eigentlich für einen Stall bräuchten, aber naja. So, lass uns erst mal die Quest hier anschauen. Mit den Geeklern. Bleiben sie mal hier. So, wir müssen hurry. So, wir müssen hurry. alte Zeitung Knochen Müllreste okay so Mission aktualisiert hey I saw you helping out thanks we all appreciated if you found any valuables in the trash you can keep those isn't that great schon cool so gucken wie ich die Glaser prügeln kann Quests gibt es nicht dafür ich meine die ersten zwei kriegen wir immer die da vorne rum rennen aber der große war bis jetzt immer nicht erreichbar vielleicht hat sich das gerade geändert wir schauen mal so da komm sieht's aus mach da nicht dann will ich mal schauen nein das ist ein Kakteen hab so ein Stachelhainz hier mal irgendwo rum rennt wuch das Holz ploppt hoch aus dem nichts im Feld sollte das auch drin sein ne ich glaube es ist eher ein Rare Drop der hier Bis zum nächsten Mal.